Display und schicker Multifunktionskante, englisch Edge, aber das Ganze blöderweise nur auf der rechten Seite. Und das macht die Bedienung für Linkshänder, nun ja, kompliziert. Für alle Rechtshänder aber ist das Neue von Samsung revolutionär. Hauptscreen und Kante lassen sich unabhängig voneinander bedienen. Die Kante erlaubt frei belegbare Schnellzugriffe und das ist ein echtes Plus an Usability. Ferner, völlig neue Perspektiven und völlig neue Features. Qualcomm APQ 8084 Snapdragon 805 Prozessor, 4 Kerne, 2700 Megahertz Prozessortakt, 3 GB Arbeitsspeicher, Android 4.4 mit Samsung Touch with Edge. Oder kurz gesagt, das Ding hat richtig Power. Naja, dann noch zum Unangenehmen, dem Preis nämlich. Der ist mit rund 730 Euro nicht unbedingt ein Schnäppchen, auf der anderen Seite bekommt man aber auch ganz schön viel für sein Geld. Also, zuschlagen!